Hi zusammen und willkommen zu einem neuen Linux, das ich euch vorstellen möchte. Heute geht es um Tails. Tails, ach, Tails, eins der letzten Systeme, die sich für Privatsphäre einsetzen und das noch komplett so maximal, wie es überhaupt nur geht. Das ist quasi wirklich der einzige Zweck von Tails, sich um die Privatsphäre von seinen Nutzern zu kümmern. Und ja, das ist auch wirklich der einzige Zweck, wo man es einsetzen sollte. Wenn ihr jetzt nach einem alltäglichen System schaut, das ihr einfach so in der Produktion verwenden könnt, also quasi ihr wollt da drauf eure E-Mails checken etc., dann solltet ihr vielleicht von Tails eher einen Schritt weg tun. Aber wenn ihr irgendwie um eure Privatsphäre wirklich stark bemüht seid und nicht wollt, dass irgendwas, was ihr in den nächsten, keine Ahnung, 24 Stunden oder sowas tut, aufgezeichnet wird von irgendwem, dann lohnt sich Tails sehr. Tails ist ähnlich wie Hunix, das habe ich euch schon vorgestellt, ist auch ein Linux-basiertes System gewesen. Allerdings funktioniert Tails auf einigen Ebenen komplett anders als Hunix. Und zwar nicht über eine virtuelle Maschine, sondern als Live-Betriebssystem. Das bedeutet, Tails speichert rein gar nichts. Es gibt keine Möglichkeit, auf Tails irgendwelche privaten Daten zu speichern. Okay, es gibt eine Möglichkeit. Man sollte sie aber nicht benutzen und man müsste sie erst einrichten. Also von Haus aus kann Tails nichts speichern. Das bedeutet, es ist ein Live-Betriebssystem. Ihr fahrt das Ding quasi hoch, ihr bootet von eurer CD oder DVD aus, beziehungsweise von einem USB-Stick aus und dann wird einfach nichts gestartet. Das Betriebssystem ist quasi jedes Mal wie frisch installiert und dadurch habt ihr natürlich auch überhaupt keine Spuren hinterlassen. Denn auf eurem System ist hier einfach nichts drauf. Und das ist schon mal der erste Schritt, um anonym zu werden. Der zweite Schritt ist das TOR-Netzwerk. Das TOR-Netzwerk, The Onion Router, das gibt es natürlich auch als Browser. Aber als Browser ist natürlich nur das, was ihr in diesem Browser sucht, irgendwie anonym. Das bedeutet, wenn ihr jetzt irgendwie eure E-Mails checkt über mir aus Thunderbird oder... Dann ist das natürlich nicht anonym. Während wenn ihr über den Browser irgendwas macht, dann ist es anonym. Tails geht hier auch wieder den extremen Weg und zwar alles. Alles, 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 was ihr macht, wird über das TOR-Netzwerk geleitet. Das bedeutet jetzt nicht, dass ihr unbedingt eure E-Mails über Tails checken sollt. Denn wenn ihr euch einloggt in eure E-Mail-Accounts, dann de-anonymisiert euch das natürlich. Aber nichtsdestotrotz, das TOR-Netzwerk ist so ziemlich der Punkt schlechthin, den man verwenden sollte, wenn man irgendwie anonym sein möchte. Und der letzte Weg, um noch wirklich richtig anonym zu werden, sind kryptografische Werkzeuge. Und das bedeutet, man kann hier eben alles verschlüsseln. Also es wird auch standardmäßig einfach alles verschlüsselt. Auf dem USB-Stick, auf der CD oder DVD, je nachdem, was ihr eben verwendet. Und dadurch wird Tails zu so ziemlich der Go-To-Methode, wenn man irgendwie an Edward Snowden oder sowas denkt. Der hat zum Beispiel über Tails seine E-Mails geschrieben, mit einem speziellen Client. Und ja, das ist... Ich will euch noch ganz kurz ein bisschen mehr über Tails erzählen, bevor ich euch dann zeige, wie man das Ganze installiert. Noch ganz kurz eine private Sache, warum ich so lange eben nichts zu Tails gesagt habe. Tails kann man, oder ist eigentlich nicht schwer zu installieren, aber es ist so, dass man es nicht gut aufnehmen kann. Also ich werde euch auch heute nicht alles leider zeigen können. Weil man natürlich hierfür einige Schritte machen muss, die einen Neustart benötigen. Und das dann eben... Das kann ich dann natürlich nicht aufnehmen. Ohne Probleme zumindest. Gut, noch ein paar weitere Facts über Tails. Tails basiert natürlich auf Debian, beziehungsweise... Natürlich auf Linux erstmal. Und Debian basiert auf Linux. Und Tails basiert auf Debian. Dürfte eigentlich soweit klar sein. Und dadurch könnt ihr natürlich auch den Source-Code komplett einsehen. Das heißt, wenn ihr irgendwie mal sehr, sehr großes Interesse habt... Eine Sekunde, ich habe euch den Link auch tatsächlich. Wunderbar. Voilà. Hier könnt ihr euch quasi den kompletten Code ansehen von diesem Betriebssystem. Das ist super gut. Und wenn man sich mal irgendwie was durchlesen möchte, wenn man was lernen möchte oder sowas, kann man das auf jeden Fall mal tun. Nun, das ganze System ist spendenfinanziert. Hier habt ihr auch den Spenden-Link tatsächlich. Und ja, natürlich, dementsprechend ist es auch wichtig, dass da Firmen hinspenden. Und das gibt es auch tatsächlich. Einige Firmen spenden da hinten. Mozilla zum Beispiel ist... Hat... Ne, okay, das war keine Spende. Aber es hat einige Auszeichnungen von Mozilla bekommen. Ähm, die aber ja natürlich auch auf eure Privatsphäre eigentlich Wert legen. Gut, nun zur Installation. Ähm, ich werde das Ganze sehr, sehr kurz halten, weil die Installation unterscheidet sich auch wesentlich, ob ihr jetzt zum Beispiel euer Tails von einem Windows aus installieren wollt, ob ihr es von einem Linux aus installieren wollt, oder ob ihr es von einem Mac installieren wollt, beziehungsweise in welchem der Schritt ihr seid. Ich werde das Ganze grob mit euch durchgehen und, ähm, euch auch erklären, warum ihr einzelne Dinge habt. So, ähm, ich habe hier ein anderes Linux. Ich habe ein Arch-Linux, aber ihr wählt hier am besten einfach euer System aus. Die meisten von euch werden wahrscheinlich Windows oder eins von den dreien hier haben. Ähm, oder dann tatsächlich anderes Linux, macOS. Weiß ich nicht genau, wie viele von euch das haben. Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Wer ein Mac hat, schreibt einfach mal. Ähm, ich gehe jetzt hier mal über anderes Linux. Und ja, das ist auch eigentlich so der einfachste Weg, finde ich persönlich. Ähm, es gibt zwei Schritte. Und zwar, ähm, müsst ihr erst mal das Ganze installieren. USB-Sticks insgesamt jeweils mindestens 8 GB. Einen dieser beiden USB-Sticks könnt ihr danach wiederverwenden. Ihr braucht ihn nur zur Installation. Und, ähm, eben dann, wenn Tails fertig installiert ist, ist auf einem der beiden USB-Sticks Tails drauf. Das heißt, ihr könnt jedes Mal euer System von dort starten. Und auf dem zweiten USB-Stick ist dann eben, ähm, das alte Tails sozusagen drauf, das ihr nicht mehr braucht. Ähm, dann müsst ihr das Ganze logischerweise runterladen. Das 1,2 GB ist eine ISO-Datei. Und ihr braucht eine Stunde zum Installieren. Das kommt ungefähr hin. Äh, ich glaube, das hier geht bei dem... ... ... Hier mit dem rechten Schritt an. Gut. Ähm, als erstes werden wir das hier einfach runterladen. Das ist, wie gesagt, eine ISO-Datei. Im Endeffekt könnt ihr direkt über Los geht's weitermachen. Und die Anleitung ist auch wunderbar, sogar auf Deutsch verfügbar. Das heißt, da braucht ihr mich eigentlich gar nicht unbedingt. Ihr habt hier zwei Möglichkeiten, das Ganze runterzuladen. Einmal als Torrent-Datei. Das belastet den Server von Tails nicht so sehr. Weil, ähm, Torrent bedeutet, das Ganze ist über P2P. Also, andere User laden euch das quasi hoch. Sprich, der Server von Tails wird nicht so belastet. Oder eben die ISO-Datei. Ähm, da müsst ihr dann natürlich alles von der Seite runterladen. Dauert, ähm, beides ungefähr gleich lang. Geht beides sehr, sehr fix. Am besten nehmt ihr hier die Torrent-Datei und ladet das Ganze dann auch selber hoch. Das ist super. Da könnt ihr dann Tails auch noch damit unterstützen, ohne irgendwie eine Spende zu tätigen. Und ist natürlich auch nicht illegal. Also, gratis-Software darf man über Bit-Torrent teilen. Das ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass man es nicht darf. Ähm, gratis-Software darf man wunderbar über Torrents verteilen. Tails ist auch nicht illegal oder sonst irgendwas. Ähm, ich mach jetzt hier mal, ich hab's schon runtergeladen. Hab ich auch schon tatsächlich. Und, äh, jetzt habt ihr mehrere Möglichkeiten. Ähm, und zwar einmal könnt ihr diesen Download verifizieren über ein Add-on. Das heißt, ihr könnt diese Tails Verification Extension, das ist eine, ähm, mir fällt gerade auf, dass das nicht ganz auf Deutsch ist. Ähm, aber, okay, es sei euch gegönnt, auch hier was Englisches zu machen. Ähm, sorry, das hat mich gerade ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ich hab's nicht mal gemerkt. Okay, ähm, ihr könnt euch hier eine Browser Extension, ähm, runterladen und mit der dann überprüfen, ob das Ganze, äh, korrekt runtergeladen wurde. Also, es könnte natürlich sein, dass jemand eure Verbindung abhört und dann Tails sozusagen den Download, ähm, verändert, sodass ihr nachher ein anderes System habt, was nicht mehr die Sicherheitseinstellung hat, wie Tails sie hat. Also, dass ihr quasi nichts merkt. Das könnte zum Beispiel euer Internetanbieter machen. Das wäre bösartig. Das kommt in Deutschland eigentlich nicht vor. Aber Tails möchte natürlich auch in stark unterdrückten Ländern angeboten werden. Und da kann es dann durchaus auch mal vorkommen, dass sowas passieren kann. Habe ich jetzt noch nie mitgekriegt oder sowas. Deswegen ist es sinnvoll, hier zu überprüfen, ob der Download erfolgreich war. Ist natürlich auch für euch sinnvoll. Es können natürlich immer mal ein paar, ähm, Daten kaputt gehen, wenn man was aus dem Internet runterlädt. Wer kennt es nicht? Download ist irgendwie kaputt oder sowas. Ähm, deswegen ist es sinnvoll, das Ganze zu überprüfen. Geht mit dieser Verification Extension wunderbar. Kann ich jetzt natürlich nicht runterladen, weil ich im E-Cognito-Modus bin. Ähm, aber ja, also könnt ihr einfach so machen und dann könnt ihr das quasi überprüfen. Oder, das ist die Variante, die ich immer gerne verwende. Ähm, deswegen lassen wir das hier mal. Au, ups. Ähm, oder was ihr auch machen könnt, ihr könnt das Ganze über OpenPGP überprüfen. Und das möchte ich euch ganz kurz zeigen, wie das funktioniert. Dazu braucht ihr den Tails Signing Key. Die, äh, die ganzen Mechaniken hinten dran, die kryptografischen, äh, die habe ich woanders erklärt. Das mache ich jetzt hier nicht. Aber ihr braucht den Signing Key hier einmal. Äh, der wird euch, ähm, hier zur Verfügung gestellt. Einfach runterladen in den Ordner. Ich habe jetzt gerade mal kurz einen angelegt. Dann könnt ihr hier die, oder müsst ihr die OpenPGP-Signatur runterladen. Ähm, dann könnt ihr das hier einfach so machen. Auch wieder auswählen und speichern. Dann habt ihr einmal eine .key-Datei und einmal .sig-Datei. Und dann öffnet ihr am besten einfach diesen Ordner. Öffnen. Ja, natürlich meinte ich nicht die Datei öffnen, sondern in Ordner anzeigen. Sorry. So, und hier sollt jetzt tatsächlich noch die ISO-Datei auch rein, runtergeladen werden. Also die .ISO-Datei, die ihr hier oben runterladen könnt. Einfach in denselben Ordner reinpacken. Und anschließend könnt ihr das Ganze über die, also unter Linux, sorry, unter Windows funktioniert es ein bisschen anders. Ähm, die, äh, die, die Befehle sind aber trotzdem hier auch dabei. Die sind wieder auf Deutsch tatsächlich. Also hier habt ihr auch unter Windows GPG4Win könnt ihr verwenden, unter Mac GPG-Tools. Und, ähm, unter Tails hat, funktioniert es gleich wie unter anderen, ähm, Systemen. Genau. Und dann könnt ihr hier einfach, ja, im Endeffekt die Befehle eingeben, die hier tatsächlich auch abgebildet sind. Also ihr könnt die eigentlich auch sogar hier rauskopieren. Das macht die Sache wahrscheinlich sogar noch ein bisschen einfacher. Einfach das hier so verwenden. Klar, die Datei Tails, AMD 64-3, 10, 1, ISO, wurde nicht gefunden, logischerweise. Ähm, aber, ja, was ihr dann machen müsst, ihr müsst überprüfen, ob die Ausgabe von diesem Befehl, ob das dieselbe ist wie das Ding hier. Einfach vor allem diesen Teil hier überprüfen. Das hier sollt ihr überprüfen und das hier müsst ihr überprüfen und das hier. Ob diese drei Ausgaben dieselben sind, ähm, genau, und dieser Zeitpunkt hier könnte auch noch interessant sein. Aber das Allerwichtigste ist dieses RSA-Key hier, dass der wunderbar funktioniert. Genau, und dann passt die Sache auch. Also, am besten öffnet ihr hier tatsächlich diese Anleitung und geht das dann hier, je nachdem, was ihr braucht, Schritt für Schritt durch. So, und dann seid ihr soweit, dann könnt ihr das Ganze installieren. Ich mache jetzt hier mal Skip-Download. Und dann könnt ihr es installieren und hier habt ihr wieder eine wunderbare Anleitung eigentlich, was ihr machen müsst. Das ist super easy. Im ersten Schritt werdet ihr ein, ähm, sie haben es hier zwischenzeitliches Tales genannt. Ähm, der Grund, warum man das macht, also ihr installiert quasi Tales zweimal. Ihr installiert Tales und dann installiert ihr von Tales ein weiteres Tales. Warum macht man sowas? Hört sich komplett bescheuert an, ist aber tatsächlich sinnvoll. Es kann vorkommen, dass ein Betriebssystem irgendwelche Dinge verändert. Das heißt, wir nehmen einfach mal an, Windows ist komplett bösartig geworden, ja. Nur mal dieses Szenario. Oder ihr habt irgendwie ein Virus von der NSA bei euch auf dem Rechner drauf, ja. Das ist einfach nur das Szenario. Davon geht Tales aus, denn es könnte ja so sein. Und Tales will maximale Anonymität für alle Leute garantieren. Also, kann es natürlich passieren, dass das Tales, was ihr installiert, irgendwelche weitere Spyware drauf hat. Und, äh, aus diesem Grund müsst ihr das Ganze zweimal installieren. Denn, ähm, auf dem zwischenzeitlichen Tales könnte jetzt noch irgendwas drauf sein. Während auf, wenn ihr vom zwischenzeitlichen Tales alles nochmal macht, dann kann nichts mehr drauf sein. Weil Tales interessiert es einfach nicht, ob da irgendwelche weitere Software noch drauf ist. Das macht einfach das, was es, ähm, ja, eben diese Installation. Und deswegen macht man das Ganze zweimal. Hört sich komplett bescheuert an. Also, damit man auch irgendwelche, ähm, Hardware-Abdrücke oder sowas von seinem ursprünglichen Betriebssystem oder so, dass man die komplett los wird. Und das ist, ähm, deswegen muss man es zweimal machen. Also, es ist sinnvoll, das Ganze zweimal zu machen. Man kann auch das zwischenzeitliche Tales schon benutzen. Aber macht es bitte zweimal. Das ist, ähm, ja, wie gesagt, sinnvoll. Gut. Ähm, gut. Gut, das Erste, was ihr braucht, ist, ihr braucht irgendeine, ähm, Variante, um eine ISO-Datei auf einen, auf einen USB-Stick draufzukriegen. Und das wollen wir mal zusammen machen. Es gibt unter Linux Gnome Discs. Ähm, in meinem Linux habe ich tatsächlich, also unter Arch Linux, habe ich das Ganze unter Gnome Disk Utility gefunden. Das heißt, einfach unter Arch Linux oder unter Manjaro oder wo auch immer, ähm, zum Beispiel Pac-Man minus S Gnome Disk Utility. Ihr kennt wahrscheinlich euer System dann am besten. Und, ähm, dann habt ihr, was ihr braucht, um eine ISO auf einen USB-Stick zu installieren. Anschließend könnt ihr diese Gnome Disk Utility natürlich auch öffnen. Das machen wir jetzt auch mal. Gut, äh, das funktioniert natürlich nicht. Das Ganze nennt sich Laufwerke. Das heißt, wenn ihr euer, ähm, euer, äh, äh, euer Startmenü öffnet, könnt ihr hier einfach Laufwerke eingeben. Dann habt ihr schon, was ihr hier braucht. Laufwerke, dann öffnet sich das Ding hier. Und dann könnt ihr auswählen, was ihr genau haben wollt. In meinem Fall gibt es hier einen, also Vorsicht, sehr, sehr vorsichtig sein, dass ihr nicht eure Festplatten zerstört, ja. Das ist extrem wichtig, denn die Daten sind danach wirklich weg, ja. Ähm, die sind einfach dann nicht mehr vorhanden, weil sie alle gelöscht werden müssen. In meinem Fall gibt es hier unten ein 4,1 Gigabyte Laufwerk. Warum auch immer 4,1 Gigabyte? Ähm, das ist ein USB-Stick. Den habe ich logischerweise reingesteckt. Ähm, und ja, den kann ich jetzt verwenden, um eine ISO draufzumachen. Was ihr also braucht, ist, ihr müsst hier oben, also den Laufwerk, oder das Laufwerk hier vorne auswählen, den USB-Stick, den ihr haben wollt. Den nehmt ihr dann und klickt hier oben auf diese drei Punkte. Und dann gibt es hier Laufwerksabbild wiederherstellen. Und das benutzt ihr, um eine ISO-Datei auszuwählen, mit der ihr quasi den USB-Stick bespielen wollt. Dann könnt ihr hier auswählen, also quasi eure ISO einfach auswählen. Auf Öffnen klicken und das Laufwerksabbild ist kleiner als das Zielgerät, macht ja nichts, ist okay für mich. Ähm, Wiederherstellung starten auswählen. Weil dann ist es wirklich, wenn ihr jetzt hier auf Wiederherstellen geht, alle anderen Dateien, also auch auf eurem USB-Stick, alle anderen Dateien werden gelöscht. Achtung, nochmal meine Warnung hier, ähm, vorher irgendwelche Dateien runterkopieren oder so, die sind danach alle weg. Okay, das heißt, wir klicken jetzt hier auf Wiederherstellen. Und das braucht natürlich Administratorrechte. So, und dauert auch kurz, so zwei Minuten braucht es jetzt hier noch, ich pausiere euch mal währenddessen. So, und wenn ihr fertig seid, sieht das Ganze so aus. Das heißt, ihr habt hier vorne eine Tails-Partition und hier noch freien Platz auf eurem Stick. Den braucht ihr nicht mehr. Euer Stick war quasi zu groß für diesen Fall. Ähm, aber, ja, ist halt so, ne? So, und jetzt sagt euch, die restlichen Sachen werde ich jetzt hier nur mit den anderen Teil, ja, ab hier wird es wirklich deutlich einfacher. Ähm, erstmal müsst ihr die Anweisung auf einem anderen Gerät öffnen, dafür ist sogar ein QR-Code beigelegt worden, beziehungsweise hier das Ding hier. Und dann startet ihr euer Tails neu. Ähm, wie macht ihr das? Ihr, wenn ihr unter Windows seid, dann müsst ihr neu starten, damit ihr überhaupt auswählen könnt, aus euch, äh, aus, also quasi das BIOS überhaupt öffnen könnt. Und in BIOS könnt ihr dann auswählen, oder erstmal müsst ihr neu starten, beziehungsweise, ähm, ja, im Endeffekt tatsächlich immer neu starten. Und dann irgendeine Taste der F-Tasten hier maschen. Bei mir ist es zum Beispiel F11. Dann kann ich auswählen, welches System ich starten möchte. Oder von welchem, von welchem Gerät ich starten möchte. Und, ähm, dann wählt ihr natürlich den USB-Stick aus. Und dann habt ihr hier, also wenn ihr den USB-Stick ausgewählt habt, könnt ihr hier auswählen, in diesem Tails-Bootloader, dass ihr Tails starten wollt. Ohne Troubleshooting-Mode, einfach den oberen. Das dauert eine Weile. Ähm, wie gesagt, das Ganze muss über, ähm, über den USB-Stick geladen werden. Komplett in eurem Arbeitsspeicher, ja. Das geht ein bisschen länger wie mit einer internen Festplatte, weil USB-Sticks sind halt einfach deutlich langsamer. Sprich, es dauert ein bisschen, also nicht wundern. Und dann könnt ihr hier auswählen, wie ihr das Ganze haben wollt. Wichtig ist für euch hier, dass ihr das Keyboard-Layout, also dieses Tastatur-Layout, also die Sprache natürlich auch auf Deutsch umstellen, und das Keyboard-Layout, das müsst ihr auf die deutsche Tastatur umstellen, sonst habt ihr nachher das Z und das Y vertauscht und noch ein paar andere eher unschöne Dinge, ähm, die ihr nicht haben wollt. Also hier würde ich euch stark empfehlen, die beiden zu vertauschen, ansonsten ist das ein ziemlicher Mindfuck. Ähm, und anschließend landet ihr tatsächlich schon in Tails drin, allerdings braucht ihr jetzt natürlich noch den zweiten Schritt. Und zwar müsst ihr von Tails aus das weitere Tails installieren. Sprich, ihr müsst jetzt hier spätestens euren zweiten USB-Stick reinstecken und anschließend den Tails-Installer verwenden. Den findet ihr unter Anwendung, Tails, Tails-Installer. Ja, und dort wählt ihr dann Clone the Current Tails aus und wählt einen USB-Stick, also quasi euren anderen USB-Stick, der, ähm, noch nicht mit irgendwas beschrieben wurde. Achtung, auch hier wieder die Daten auf eurem anderen USB-Stick, die gehen komplett verloren. Okay? Ganz wichtig. So, und dann könnt ihr einfach vorwärts machen, hier einfach immer weiter, weiter und weiter. Und der Tails-Installer überprüft alles nochmal für euch und, ähm, ist komplett sicher quasi. Also der, der überprüft jedes einzelne Minifizelchen an seinem System, bevor er irgendwas da dran macht. Das heißt, es dauert auch ein bisschen, logischerweise. Und anschließend habt ihr es geschafft. Und dann ist auf dem ersten USB-Stick, das könnt ihr wieder löschen. Jetzt braucht ihr nur noch den zweiten USB-Stick, sprich, den, den ihr hier gerade, ähm, mit dem Current Tails beschrieben habt. Den braucht ihr, das ist jetzt euer neues Tails. Den anderen könnt ihr wieder verwenden für irgendwas anderes. Cool. Und ja, dann habt ihr es geschafft. Ähm, und da haben wir noch ein paar andere, ja, eher unwichtige Dinge, die irgendwie gerade ein bisschen aus der Reihe geflogen sind. Aber okay, macht nix. Ähm, genau, und dann habt ihr es geschafft. Ich möchte noch kurz ein paar abschließende Tipps geben, wie ihr Tails verwenden solltet. Und zwar, ähm, ihr kommt damit quasi nativ. Also wenn ihr Tails startet, kommt ihr über den normalen Browser automatisch auch, ähm, auf Webseiten, auf Onion-Webseiten. Allerdings, ähm, wenn ihr euch einloggt in irgendeinen Dienst, also nehmen wir mal an, ihr loggt euch bei eurem E-Mail-Provider ein oder ihr loggt euch bei Facebook oder bei YouTube oder sonst irgendwo ein, dann seid ihr schon nicht mehr anonym. Das heißt, auf keinen Fall irgendwo einloggen von jemandem, wo ihr überhaupt eventuell getrackt werden könntet. Also kein YouTube, äh, YouTube gucken geht natürlich, ist kein Problem. Aber YouTube einloggen würde ich euch nicht empfehlen, weil das de-anonymisiert euch. Dann hättet ihr es euch auch sparen können, irgendwie Tails zu verwenden. Gut, das waren meine letzten Tipps. Und, ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem neu errungenen, äh, mit der neu errungenen Freiheit. Und, ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.